Der Fächerfisch oder auch Segelfisch gilt mit einer Geschwindigkeit von bis zu 100 Kilometern in der Stunde als das schnellste Tier im Wasser. Die bis zu 2,5 Meter langen Fische jagen oft in Gruppen. Dabei rasen einige mitten in einen Schwarm Sardinen, während die anderen außen warten, um die auseinanderschwimmenden Fische zu fangen. Ihren Namen haben Fächerfische von ihrer riesigen Rückenflosse. Aufgestellt ist sie oft höher als der Fisch selbst. Der Fächerfisch lebt im offenen Ozean und kommt fast weltweit in tropischen und subtropischen Regionen vor. Die Art wird auf der roten Liste der IUCN als gefährdet geführt.